Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns immer noch in der Andachtsreihe Metall im Mund. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es geht in dieser Andachtsreihe um das richtige Reden, aber auch um das richtige Schweigen im Buch der Sprüche. Und mir ist es wichtig, dass das ganze Thema nicht einfach nur auf horizontaler, auf zwischenmenschlicher Ebene gesehen wird oder einfach nur im Sinne einer Selbstverbesserung gesehen wird. Ich möchte etwas besser kommunizieren lernen. Es geht im ganzen Buch der Sprüche bei der Weisheit um das Leben vor Gott. Dass wir das Leben im Alltag vor Gott bewältigen, in der Gottesfurcht. Denn die Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. Und dass unser Reden Gott Ehre bereiten soll. Darum geht es hier. Und unter diesem Gesichtspunkt ist auch der heutige Ratschlag zu sehen. Denn der Ratschlag, den ich heute weitergeben möchte, lautet Rede erst, nachdem du gut zugehört hast. Rede erst, nachdem du gut zugehört hast. In Sprüche 18, Vers 13 heißt es, Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Nahheit und Schande. Ich glaube, dass dieser Vers eine Ohrfeige für viele von uns ist. Denn wie häufig geben wir eine Antwort, ohne gut zugehört zu haben. Und das Krasse ist, dass hier sogar von Nahheit die Rede ist. Ja, über Narren und Toren, törichten Menschen sagt das Buch der Sprüche sehr, sehr viele. Und die schneiden nicht gut ab. Und es ist eigentlich ein Kennzeichen eines dummen Menschen, eines törichten Menschen, dass er Antwort gibt, ohne gut zugehört zu haben. Ein Weiser hört erst mal zu und hält sich erst mal noch bedeckt. Er muss nicht sofort die Antwort parat haben. Es ist Nahheit, aber es ist auch Schande. Es ist eigentlich ziemlich beschämend, wenn man eine Antwort gibt und dann von der anderen Person gegenüber gesagt bekommt, du hast mir gar nicht zugehört, du hast mein Problem nicht verstanden. Leider habe ich diese Erfahrung schon machen müssen. Und ich glaube, viele von euch auch. Welche Herzenshaltung liegt dem zugrunde? Warum neigen wir immer wieder dazu, schon eine Antwort parat zu haben, ohne gut zugehört zu haben? Es kann viele, viele Gründe können da eine Rolle spielen. Einmal kann es eine Überheblichkeit sein, eine Selbstüberschätzung. Wir hören vielleicht nur die ersten Sätze und was dann passiert ist, wir kategorisieren die ersten Sätze schon in eine für uns bekannte Thematik ein. In die und die Schublade. Ah ja, das ist das, das hatte ich schon mal. Und für den Rest des Gesprächs überlegen wir uns jetzt nur noch, wie wir die Antwort am besten formulieren, aber hören nicht weiter zu. Und eigentlich liegt dem eine Selbstüberschätzung zugrunde, weil ich mir anmaße, das Problem schon verstanden zu haben anhand der ersten drei Sätze. Da denke ich viel zu hoch über mich selbst. Ich meine, wer bin ich, dass ich nach drei Sätzen sofort weiß, worum es geht? Jede Person ist individuell. Jede Situation, die uns geschildert wird, ist individuell, auch wenn es Parallelen gibt. Aber gerade die Parallelen können uns manchmal in die Irre führen. Weil auch wenn es vielleicht ein ähnliches Muster gibt in verschiedenen Geschichten, die uns erzählt werden, ist doch jede Situation individuell. Also einmal kann es Selbstüberschätzung sein. Es kann aber auch einfach stolz sein. Wir wollen die andere Person beeindrucken, dass wir recht schnell die Antwort parat haben und wollen mit unserem Wissen prahlen, mit unserer angeblichen Weisheit. Das Problem ist, genau dadurch zeigen wir, dass wir keine Weisheit haben. Es ist so wichtig, nicht nur in der Seelsorge, da auch, da vielleicht sogar vor allem, weil es da oft um wirklich ganz, ganz entscheidende Themen geht, aber auch im Alltag, wenn du verheiratet bist, in der Ehe, gegenüber deinen Kindern, gegenüber Arbeitskollegen, gegenüber Geschwistern aus der Gemeinde, wirklich erst mal zuzuhören. Warum? Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund denken wir so häufig, wir müssen jetzt ganz schnell antworten. Es kann ein Zeichen von Demut sein, noch mal zu sagen, ich mache mir da noch mal Gedanken oder ich habe da noch ein paar Rückfragen, ich will dich richtig verstehen. Eigentlich ist das auch ein Zeichen von Nächstenliebe, dass uns so viel daran liegt, die andere Person, die jetzt gegenüber von uns steht, richtig verstanden zu haben. Dass wenn wir Ratschläge geben, dass wir sie wirklich in die Situation hineinsprechen. Und dass wir uns da wirklich selber zurücknehmen und uns nicht so wichtig nehmen, sondern die Person, die vor uns steht, für wichtig nehmen. Zur Ehre Gottes. In diesem Sinne, du wirst in dieser Woche ganz viele Unterhaltungen haben. Leute werden zu dir kommen mit Fragen. Leute wollen deinen Rat hören. Auch sicherlich in dieser Woche, in welchem Setting auch immer. Möchte dich ermutigen, stell erst mal sicher, dass du die Person wirklich verstanden hast. Gegebenenfalls stell noch mal einige Rückfragen. In der Seelsorge ist es so, dass wir häufig die ersten, ich weiß nicht, manchmal sogar vier, fünf Gespräche, sechs Gespräche, nur darauf verwenden, zu analysieren, um sicherzustellen, habe ich die Person verstanden, bevor ich jetzt in ihr Leben hineinspreche. In diesem Sinne wünsche ich dir die Gottesfurcht und die Weisheit, erst mal wirklich zuzuhören, bevor du redest. Zur Ehre Gottes. Gott segne dich. Gott segne dich.